Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Na endlich, ich muss einen Flieger kriegen Deine Vergangenheit wurde nicht ein Stark Das werden wir ja sehen Pepper, hörst du mich? Bisschen windig, aber ja, ich höre dich Sir, wir haben da ein enormes Loch im Rumpf Alter Hut Friday, ich bin gerade eben selbst hindurchgesprungen Scan läuft Ein Triebwerk brennt, das sollten Sie sich ansehen Sekundärexplosion im rechten Triebwerk, Sir Okay Feuerunterdrückungssystem aktiv Okay Der Enfroster funktioniert Sie werden ein einbrennendes Problem weniger Gut gemacht, Sir Sir, der Autopilot reagiert nicht mehr Und der Jet stürzt voraussichtlich in ein bewohntes Gebiet ab Ich übernehme den Autopiloten Pepper, bleib weg Das ist zu gefährlich Sag der Typ, der aus Fliegern spricht Mehr vom geheimnisvollen Besuch? Aktuell schweigt er uns an Aber seine Bluthunde kratzen schon an der Tür Lass sie rein Volltreffer Jawohl Pepper Was ist da drin los? Scanne nach Miss Potts Du brauchst eine bessere, die auch Unser Besuch stört mein Hut Außerdem sperrt er die Diagnose für den Flieger Ich kann Miss Potts nicht finden Pepper, hörst du mich? Gegner in Sicht Pfeffer! Pfeffer, melde dich! Tony, ich kann den Jack steuern! Endlich mal gute Nachrichten! Sir, da kommen noch mehr! Friday, was habe ich gerade gesagt? Ich bin auf Kollisionskurs mit Los Angeles! Das muss den Stadtrat sicher sehr freuen! Äh, Leute! Ich kann nicht lenken! Sir, das Querruder links wurde schwer beschädigt! Kriegt man das hin? Ich muss improvisieren! Und zack! Das sieht besser aus! Ich habe eine Landebahn für eine Notlandung! Danke, Friday! Pfeffer, kannst du diesen Vogel landen? Das werden wir gleich sehen! Fahre das Fahrwerk aus! Die Fahrwerkplatten funktionieren nicht! War irgendwie klar! Fünfte was! Los gehen, Pepper! Fahre los! Drei grünen! Gut gemacht! Sie beide! Keiner, was dagegen hat, würde ich sagen, wir sind fertig! Meine alten Waffen werden noch deinem Punkt sein! Sir, ich orte eine neue Energiesignatur! Der Gegner? Gut! Ich will mich unbedingt abreagieren! Hier! Alle Gegner neutralisiert! Aber ich spüre, dass unser Hacker wieder da ist! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! 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 ... ... Alle Systeme inaktiv! Der Große ist zurück! Meine Steuerung! Ha! Pepper! I'm out! Das sehe ich selbst, fahr mich wieder hoch! Systeme wieder aktiv. Tommy, hier reagiert nichts mehr! Sir, diesen Jet müssen wir wohl abschreiben. Pfeiffer, schnell raus da! Das Feuer hat das Kopf hinterher! Ich stecke fest! Miss Woods, unter Ihren Füßen ist eine Kleppe, ein Durchgang. Er führt zur vorderen Fahrbahn. Gefunden! Klettere nach unten! Ich komme unter den Flieger! Pfeiffer, nimm meine Hand! Tony! Willkommen bei Ihrem Anschlussflug! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR